Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Morgen ist Samstag, der 13.02.2015 und an diesem Datum werde ich bei Magdeburg, bei WWE Live in Magdeburg sein. Und zwar wird es vor der Show, die um 18 Uhr beginnt, ein Fantreffen geben, beziehungsweise was heißt Fantreffen, Zuschauertreffen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Fans habe. Und zwar wird das Ganze von 16 bis 17 Uhr an diesem Standpunkt, den ihr gerade seht, eingeblendet, äh, eingeblendet seht, wird das stattfinden. Genau so rum. Ähm, ich werde da sein, Franz wird da sein, Flo wird da sein, Martin wird da sein, ähm, also auch andere Wrestling-Youtuber, kommt da gerne hin. Falls ihr Bock habt, ähm, wenn ihr uns treffen wollt und wenn ihr mit uns quatschen wollt und so weiter, einer wollte auch noch ein Interview machen. Also, äh, kann man auch gerne machen, ich bin für sowas immer zu haben. Ähm, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Magdeburg von 16 bis 17 Uhr an diesem Treffpunkt. Und ich streame heute Abend nochmal, äh, kurz vor WWE Live in Magdeburg und, äh, das wird heute um 20 Uhr sein. Also heute um 20 Uhr Livestream auf twitch.tv slash perkixwblive. Schaut da gerne vorbei. Schaut beim Supercard-Livestream rein und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Ähm, bis morgen. Falls ihr am Start seid, schreibt mir gerne, äh, ob ihr am Start seid. Und ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.